In diesem Abschnitt gibt es eine kurze Einführung in das Hypertext Transfer Protokoll, kurz HTTP. HTTP ist einer der zwei Grundbestandteile des World Wide Web. Der andere Bestandteil ist das Datenformat HTML, das mit vielen Begleitstandards heute in dem Living Standard der WhatWG beschrieben wird, unter der URL abrufbar, die auf der Folie angegeben ist. Die Datenübertragung ist der zweite Teil, das ist HTTP und wir werden uns zunächst mit HTTP 1.1 beschäftigen, der aktuell am häufigsten eingesetzten Version, aber auch kurz auf die neue Version HTTP 2 eingehen. Der Ablauf einer HTTP-Kommunikation soll an einem einfachen Beispiel erläutert werden. Wir starten mit dem Aufruf einer URL, die hier angegeben ist und werden Schritt für Schritt erläutern, wie diese URL ausgewertet wird, um dann eine HTTP-Request senden zu können und eine Antwort empfangen zu können. Zunächst entnehmen wir den Domain-Namen aus der URL und senden diesen Domain-Namen als DNS-Anfrage an den zuständigen Name-Server, der uns dann eine IP-Adresse zurückliefert. Anschließend wird die Protokollangabe ausgewertet aus der URL, das ist in diesem Fall HTTP. Diese Protokollangabe liefert uns den Wellnone-Port 80, der zusammen mit der IP-Adresse des Servers den Socket angebt, unter dem wir die TCP-Verbindung aufbauen können. Sobald die TCP-Verbindung steht, kann ein HTTP-Request gesendet werden. Im Fall von HTTP 1.1 ist das eine Byte-Folge, für die TCP garantiert, dass alle Bytes in der richtigen Reihenfolge beim Server ankommen. Der eigentliche HTTP-Request, der in diesem Beispiel in der ersten Zeile steht, kann mit vielen HTTP-Headern ergänzt werden und modifiziert werden. Der HTTP-Request in diesem Beispiel verwendet die GET-Methode, die eine Datei abrufen soll. Der Pfad der abgerufenen Datei wird danach angegeben und die HTTP-Versionsnummer. Alle weiteren Header dienen der Information des Servers. Host gibt an, welche Domain-Name verwendet wurde. User-Agent, welcher Browser verwendet wurde. Die Accept-Header erläutern die Fähigkeiten dieses Browsers. Schließlich kann man noch Komprimierungs-Algorithmen aushandeln und den Zeichensatz. Es gibt Informationen in diesem Beispiel zu dem Caching-Verhalten, das angewandt werden soll. Nach Empfang des HTTP-Requests antwortet der Server irgendwann. Und diese Antwort schauen wir uns auf der nächsten Folie an. Die HTTP-Response enthält zunächst einmal einen Status-Code. In diesem Beispiel ist das die Nummer 200, die einen Erfolg signalisiert. Davor steht die Versionsnummer des HTTP-Protokolls, das verwendet wurde. Und auf den Status-Code kann ein erläuternder Text folgen, der aber nicht genau festgelegt ist. Der Server sendet in den HTTP-Headern weitere Informationen zur Datei mit, zum Beispiel ihre Gültigkeitsdauer, wie das Caching gestaltet werden soll, die Länge der angefügten HTML-Datei und ihren Content-Typ. Die Notation für den Content-Typ ist aus dem MIME-Standard für E-Mail entlehnt. Es werden die gleichen Typen verwendet. Ein Zeichensatz wird angegeben und schließlich setzt der Server hier eine Session-ID, ein Cookie, mit dem die Session nachverfolgt werden kann und der Server den Browser immer wieder erkennen kann. Durch eine Leerzeile getrennt folgt dann die eigentliche HTML-Datei, die angefordert wurde. Wenn diese Antwort empfangen wurde, dann ist ein Zyklus abgeschlossen und es können weitere HTTP-Request-Response-Paare gesendet und empfangen werden. Und so wird nach und nach die komplette Webseite aufgebaut. Noch ein Wort zu den HTTP-Versionen. In der ersten Version, die von Tim Bynersly 1989 beöffentlicht wurde, zusammen mit HTML und der URL-Syntax, waren viele Dinge noch nicht vorhanden. Das wird heute als HTTP 0.9 bezeichnet. Der erste offizielle Standard wurde 1996 verabschiedet. Das war HTTP 1.0 im RFC 1.9.4.5. Dieser HTTP-Standard hatte die Besonderheit, dass nach jeder HTTP-Response die TCP-Verbindung komplett abgebaut wurde. Das erwies sich schnell als zu restriktiv, weil immer mehr Bestandteile einer HTML-Seite nachgeladen werden mussten. Deswegen wurde 1999 HTTP 1.1 verabschiedet und hier bleibt die TCP-Verbindung über mehrere HTTP-Requests hinweg bestehen. Allerdings müssen diese HTTP-Requests synchron abgesetzt werden. Das heißt, nach einem Request muss erst auf die Antwort des Servers gewartet werden, bevor der nächste Request gesendet werden kann. Das hat man in HTTP 2.0 2015 jetzt geändert. In HTTP 2.0 ist es möglich, asynchrone Anfragen zu stellen. Dazu werden HTTP-Header und HTTP-Body sowohl bei Request als auch bei Response in Frames gekapselt und somit in eigenen Datenstrukturen geschickt. Dadurch wird ein asynchrones HTTP-Pipelining möglich und das Ganze passiert im Wesentlichen auf Googles Spidey-Protokoll. Zum Abschluss dieser Lerneinheit noch zwei Folien zu HTTP 2.0. Der große Unterschied zu HTTP 1.1, wo Request-Response als Byte-Strom über TCP übertragen werden, ist zunächst einmal, dass beide Teile einer HTTP-Nachricht in Frames eingepackt werden und dann übertragen werden. Dadurch gibt es einige neue Möglichkeiten, die man mit HTTP 2.0 realisieren kann. Diese Frames haben einen bestimmten Typ. So werden HTTP-Header immer in Headers-Frames übertragen. Der HTTP-Body wird an einem Data-Frame übertragen. Es gibt noch weitere Frames und ein Multiplexing, also eine asynchrone Abfrage von HTTP-Daten ist durch die Inzufügung eines Stream-Identifiers möglich gemacht worden. Den wir auf der nächsten Folie nochmal genauer sehen werden. Dadurch sind viele Optimierungen möglich durch diese neuen Features. Zum Beispiel darf ein Server eine Antwort schicken, ohne vorher einen Request erhalten zu haben. Das ist der Fall, wenn der Server weiß, dass weitere Dateien in der HTML-Datei eingebettet werden müssen. Dann muss er nicht warten, bis der Browser diese anfragt, sondern er kann sie gleich mitschicken. Damit die Syntax von HTTP aber erhalten bleibt, erzeugt der Server dann Pseudo-Requests, die der Client eigentlich geschickt haben müsste und sendet die mit den Antworten zurück. Dadurch bleibt also diese Request-Response-Syntax erhalten und trotzdem lässt sich der Ablauf erheblich beschleunigen. Das Ganze wird realisiert über diese Framestruktur hier. Für jeden Frame gibt es eine Längenangabe, die 24-Bit lang ist. Es gibt einen Typ, da steht also drin Headers oder Data, welcher Typ von Frame das ist. Es gibt Flags, die bestimmte Eigenschaften signalisieren können. Und hier wichtig ist der Stream-Identifier mit 31-Bit, in der ein eindeutiger Wert gesetzt werden kann, mit dem eine Antwort, eine HTTP-Antwort einem HTTP-Request zugeordnet werden kann. Und dann enthält der Frame natürlich ein Payload. Das können dann die üblichen HTTP-Header-Zeilen sein, wenn es ein Headers-Frame ist, oder es kann eine HTML-Datei oder eine JPEG-Datei sein, wenn es ein Data-Frame ist. Ein abschließendes Wort in dieser Einheit zum Thema HTTP-2 und TLS. Der Standard erlaubt die Verwendung von HTTP-2 ohne Verschlüsselung. Das ist der eine Punkt. Allerdings haben alle Browser-Hersteller beschlossen, dass sie HTTP-2 nur über TLS gesichert akzeptieren. Das heißt, jeder Browser, der HTTP-2 verwendet, der tut das nur, wenn eine TLS-Verbindung aufgebaut worden ist. Und daher ist HTTP-2 nur nutzbar für Server, die auch eine TLS-Sicherung anbieten. Das ist das, was Sie haben die TLS-Verbindung aufgebaut. Das ist das, was Sie haben die TLS-Verbindung zu haben,